Wir fördern im Jahr vom Volipatiuswerk maximal fünf Vollzeitstellen neu. Dabei geht es darum, Experimentierfelder in der Pastoral, innovative, neue Projekte missionarischer Pastoral zu unterstützen, indem wir wirklich die Kosten für das Gehalt einer Person finanzieren oder zumindest anteilig unterstützen, um so in eine Anschubmöglichkeit zu kommen, mal neue Projekte auszuprobieren, neue Zielgruppen anzusprechen im Pastoralen Bereich. Right now I'm doing research about the current situation in the diocese, which will help us to think about future and to develop plan and program. And also I'm having plans to work with youth people there. And my idea is to start the project of the formation of young Catholic animators in each of seven parishes in Iceland, which will help local parish priests to work in their parishes and to make their parishes vibrant and alive. Das ist, glaube ich, auch so Ziel der Personalstellenförderung, dass das, was vor Ort nötig ist, um Menschen zu erreichen, mit dem Glauben in Beziehung zu bringen, sicherlich dann zu guten Ideen führt für die Personalstellenförderung in der Diaspora.